Hallo Leute was geht ab und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Battle Minecraft nicht Battle Royale Minecraft ähm Hoden Kobold so heißt das Projekt ihr habt richtig gehört ich versuche gerade den Lukel hier anzurufen der aber nett rangeht ein kleiner Keck ist ich dachte die Höhle wäre vorbei aber das ist sie anscheinend nicht 24 neue Mitteilungen über Discord muss kurz gucken hallo Louis endlich ja endlich ich stimme gerade Minecraft so Steam wieder öffnen und zack rein geht's und auch was soll ich auch spielen Minecraft ich würde das gerne streben aber es gibt kauft in der karte grenz kannst meine kaufen kannst meine alte kaufen ich will nicht kaufen ich will die geschenkt haben für 50 Euro die kostet 90 so viel habe ich nicht ich habe Titus meine Tastatur meine Maus für 50 Euro verkauft so viel habe ich nicht 30 30 ich würde sagen das ist ein schlechten Deal als gar keiner Oh Laan Ich glaube Cola habe ich dann schmerz genug aber ich nehme das jetzt kurz weg also ich hau das jetzt 1 2 3 hat einen Anruf gestartet der ein paar Sekunden gedauert hat hat er echt was ein krasser boi ja was ein krasser boi hast du trinkst jetzt gerade den energy ja da können dass ich jetzt eine airways extra ja wir sind wie du komisch kein sound zu hören aber egal wie kein sound zu hören ja ich muss ja mein headset mäßig in laptop drin haben mäßig wenn ich nicht hören zu spielen mal wird ja ich bin schön groß und viel und trinke bier jetzt einmal nach oben alle man alle man alle man alle man ja er war ein spanisch unterricht finde ich gut natürlich freut das ja wie man deine Tastatur hört hör mal auf damit womit deine Tastatur ich fang gewaltig ich meine schiefer ich meine creeper tut mir leid jetzt will ich mich sehr bleiblich oh gott anzeiges mal ein für dich doch nicht beleidigt ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche raus das auch es ist eine neue ich kann ja den stream nebenbei öffnen ah dann wird sagen das weiß gruseliger als eine spinne ich kann ja das ich 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 jetzt kann ich nebenbei noch gucken was du so machst du krass ich wollte gerade gegen leons albtraum ja und dass die spinne wird vom külp in die luft gespringt man kann ja blocken mit dem schwert in 1.8 einfach zu erleichtern ja in 1.8 1.12 kann man das nicht mehr ich weiß schon dass wir 1.16 normalerweise spielen was auch schon ne muss ich jetzt bis jetzt ich hab grad kaninchen getötet warum hab ich kein fleisch warum hab ich nur zwei hunger bohren bin ich behindert ich kann nicht mehr sprinten ich verhungere verhungert scheiße das hätte ich nicht essen sollen äh ich will kein crafting table placen das hätte weil die hätte ich nicht essen oh ich hab noch überlebt und hab einen hungerbalken dazu bekommen also alles gut kann man zucker essen nein ich meine minecraft nein zucker enthält zu viel zucker brr ist so zucker ist zucker es enthält nicht nur zu viel zucker wenn ja nicht sagen wasser enthält zu viel wasser und ich muss bei der woher so schnell kann sagen wasser enthält wasser kann es nicht schneller gehen ich kann auch nicht schneller gehen weil ich hunger habe ich bringe mich jetzt einfach um und so habe ich meine sachen wieder und anfah mich essen bis hier auch kein tier ist ne gar nichts ich hatte 19 schweinefleisch und sind jetzt alle weg weil so ein behinderter creeper mich in die luft gesprengt hat erst mal ein paar fecals machen fecals das sind das war echt sackeln das war echt auch eisengeil vielen dank für die blumen ja das kennst du wenigstens ich kenne so einiges fisch schwein schweine irgendwie ist irgendwie nicht so aus warum sah das nicht so aus das ist ein mann des werkzeug ist leiden mcqueen das kann ich alles nicht wäre es auch alles fernsehen vielen dank für die blumen ist auch fernsehen das wusste ich nicht kann nur das lied vielen dank für die blumen von tom und jerry vielen dank für die blumen wie lieb von dir ich wusste das ist fernsehen war eine gott serie kenne ich tatsächlich auch geil also das das ist wirklich etwas ich so erkenne auch was sehr geiles muss man sagen tom und jerry kommen meine oma geguckt eriko du kleiner go ist auf dem klo und angeln noch sie bevor und kann man hier kann man tinten fische essen ich habe hunger ist fast tot immer der inventar dann muss ich kurz warten ist ein stream soweit ist kein essen drin ja kein essen drin da hast du recht doch wäre ich nicht richtig ich wollte ja nur sicher gehen was kohle 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 das sage ich jetzt nicht was passiert ist das ist zu peinlich ich guck mir das an es bin als wenn er so runter geschwungen ist johin kürzelt die wusste ich dachte vielleicht krieg ein holger oder so ich bin einfach komplett über ich bin einfach rolex weit ist mit drei schweine flaschen ist gar nicht wieder meine sache holen er steht aber komplett weg Papa Papa es steht die kohle wobei ich verrückt die schlagt den Probe achten und Leute kommen in Sachen damit nicht so aber jetzt muss meine Mutter wieder Staubsaugen au 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 warum Mütter immer Staubsaugen müssen wenn man grad richtig Bock auf Zauben hat als mütter sind das stimmt auch was ist staubsaugen fernsehen fernsehsendung der staubsauger und der guckt deine mutter gerade das ist nicht meine mutter das ist raus nur flex 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 da ist mein laptop ich dachte wirklich dass wir ein staubsauger das ist eine flex das ist eine flex natürlich weiß ich nicht flex ist damit sachen durch so also nicht damit keine sachen durch sondern metall kann man auch dafür gibt es auch stein und holz aufsätze aber ich weiß mein vater flex 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 kassian was geht ab willkommen im stream was kohle blöcke machen gar kein bock kohle blöcke kann können mehr brennen ich weiß die brennen irgendwie ein ganzes deck noch ein ganzes deck über einen schweinfleisch ein kohle brennt acht sachen da kannst du ja ausrechnen wie viel ein einen kohleblock brennt sollten ja neun dachen als 72 sachen über kein essen mehr warum ist es jetzt schon soviel muss man gleich was zu essen macht schießt noch gar kein bock auf noch schnell wie geht es nur sogar wort er melden schuka ich habe gerückt wird angeschießt ich komme er kommt rein damit stimmt vielleicht ich gehe jetzt den berg hoch richtig rein damit zwei ja mann ich gehe jetzt so mit fleisch schreien wenn es anders zu essen Schuhschnecker wie geht's was musst du denn hier noch so spät warum so spät es ist schimpft sind 16 06 warum warum geht es nicht so viel warum geht es nicht machen so fisch an Prozent warum hallo hallo was geht verwechselt ihr mich gerade mit jemanden also ich kenne euch nicht das ist sehr komisch ich habe sonst nie Zuschauer die ich nicht kenne hat er in den chat geschrieben wirklich hä was hat er reingeschrieben mein ofen ist weggebackt ich habe mal einen ofen weggebackt ich habe mal einen ofen weggebackt was hat er in den ofen gebrannt ist er echt hat den berg runtergefahren nee und außer es ist warum soll es spät sein es ist ja 16 07 richtig spät blöd erstmal kohle blöcke machen gar kein bock ich finde keine kohle blöcke ist mir egal einmal ein bisschen holz abhauen einfach Kohle und Eisen reinschieben kurz Eisenrüstung und so was machen einfach kurz warten bis nacht äh bis nacht vorbei ist nice nein ich bin keine Russe wie soll ich Russe sein ich bin kein Russe was ist ich bin kein Russe der hat in mein chat geschrieben bist du Russe ne bin ich nicht ich bin Alman er ist Pole ne ich bin Alman Alman Luis nicht Luis nicht Luis ist halb Alman ich bin halb Alman ich hab mein Schwert weggeworfen also ne das ist so also ich kenne jemanden der sagt ich mach mir ein Schwert der sagt alle zwei Sätze einmal begehrt und von dem euch mir das ein bisschen angewöhnt ich mach dich blatt klärt läufst du da mit ner Holzachse und ne Eisenschwerte und ne Steinspitzhacke rum und 64 Kohle ne Eisenspitzhacke und ich hab äh und ne zwei Blumen was ist denn bei denen los alter guck mal im stream ich hab sogar so ne Eisenspitzhacke das so genau essen was du braten könntest und alles aber ne einfach hungert erstmal ja jetzt habe ich mittlerweile ich bin auch wieder voll essen ich weiß dass beleidigend ist aber ja das ist halt so ne ich hab nicht erwartet dass Leute zuschauen die ich nicht kenne deswegen und alle die mich kennen wissen dass ich das immer sage naja bist halt ein übster du bist ein Opfer keck nicht dann sagen wir einfach jetzt Valabella Valabella oh nein das verwirrt die Leute noch mehr du scheiß keck ah kipp dich oh du fangst du dir nach haus mach dich klärt dein sohn hat ne Möhre gedroppt moin du bist halb Russe krass nice ein bisschen bederbar wo ist ein bisschen bederbar wo ist äh ich brauche mehr Esen einfach das Lavasee schisch kannst du äh kannst portal machen portal äh nether portal nether portal ja kann man gießen ich bin der wir sieben ach doch lol ansprach ich bin auch sieben was ist ansprach ich will auch der wir sieben o mein Gott wir haben so viel gemeinsam hä 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 habe mal mit zum typen gespielt der meinte die ganze zeit wir haben so viel gemeinsam das habe ich gesagt als ich auf pc ich habe gesagt ich spiele auf pc oh mein gott wir haben so viel gemeinsam das hast du mit dem tag gemacht aber konnte durchgewurstelt maus hat gescrollt sie brauche ich eins noch hallo das noch gar keine rüstung noch nicht diese alle verbrannt hast du dort ist rüstung mir fehlt nur noch eine eisenhose da bin ich bin ich von einigen können mir hatte ich auch vor allem noch hab so auch noch richtig viel hat das mit einer spitze keine luft rum ich kann mir auch gleich voll einwand machen ich kann auch aus dieser russisch habe ich weiß ich verheiratet ich mag die sprake vor allem sympathisch und das wird wieder tag ich auch mag den tag ich mach den tag es wird eigentlich wieder tag ja man das kann man auch aus eisen machen ist jetzt bei mir ist der tag bei mir gleich sagen also wir müssen kurz vor tag werden wir machen um eine mütze sohne und diese macht man getter verpackt er hat man nicht so was denn jetzt los scheiße was ist oh der dieser schrei was denn mal hier los scheint komplett sei noch lauter ja beleidigt ist halt das beste wort ist ja wirklich so tkl ballert mich an und tot wie gesagt hier natürlich richtig viele tiere so mehr kommen die alle mit schwert abholen auch essen um ist in unserem gebiet davon ist normaler wald ich hätte gern normales essen denn ich habe nur drei herzen ich habe es ein scharf voll herzen aber nur eine hunger bolze weg schien 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 ja das ist weiß aber ich habe mir hier ein haus ist ja ganz schön eigentlich was soll ich mir noch einen berg suchen mag ich möchte ich jetzt schon weil du lustig bist ja das bist du bei der schnee abgebaut aber ich deutsch die fische schüsse erst mal kurz ein erbe spieße schnellhose anziehen ich hätte gern dorf weil im dorf gibt es essen und essen ganz gut essen ist lecker mein dorf du kannst du machen durch drei strukt nein auf jeden fall habe ich kein lust auf 1 1 1 1 2 wo drin in minecraft in minecraft genau das meine ich luis schalt ab ich habe extra reingeguckt hättest du es nicht gesagt hätte ich es ignoriert oh scheiße wie oft stirbst du denn oft ich spiele nicht ford night nein doch nein nein ich bin weiter minecraft ich würde noch ein haus bauen weil ich habe keine lust auf 1 1 1 weil ich schächt bin weil ich schlecht bin so jetzt ist gesagt das weiß das wissen doch alle schon ja weil ich meine neuen zuschauer was ist kommen was ist kommen auch mal bist du wieso hendrik das ist echt traurig dass du gerade gefragt hat was kommen ist das ist ein server also halb schon voll oft gehört auf kommen oder so was ja um das neues braun ist halt wie talk eigentlich von der neuesten server domme gomme gomma d.net die tue leider aber ich bin mein kopf komplett der kreativ gamer sozusagen also ich baue lieber kreativ gamer brudiger kreativ gamer macht einfach einen auf den kevin ich brauche jetzt stein kann man einen ofen braten ja man kann einen ofen nein kann man einen ofen braten man kann in einem ofen braten was ist denn bei dir aber ich habe aus versehen meine hose gejobbt tschüss jetzt bin ich kack gewollt ich ertrinke jetzt komme ich mir mein schwert zurück zu den tieren unfall unfall ja das ist toll nein 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 nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben nein anhalte ein herz jetzt bin ich noch nicht gestorben ich hab man ich hab schon wieder Brote zu finden aber ich finde einfach keine Brote boah ich kann die laufen machen wenn du da einfach nur rumstehst ich will nichts machen kannst dort louis willst du ein 1 gegen 1 gegen den ja gar kein Bock ich finde auch gut was für tolle fragen du hast denn über minecraft was für tolle fragen ich habe über minecraft ja du hast immer so richtig dumme fragen aber irgendwie feiere ich das wie dumme fragen ja oft dass da was richtig dumme fragen ist aber kein sinn da gibt warum du was fragst was denn zum beispiel kann man einen ofen braten ja ich hab mir das gefragt ich hab's probiert so jetzt heult er wieder rum ich habe ja heißen sie ich bereite mir jetzt ein bisschen Spawnerfleisch und komm ich will sie mir holen wieder hattet so illegal nö bist du illegal du sie mir holen zur Haltung wo ist ein boot ich finde kein boot du kleiner wicht komme zu louis das lucas das ein boot oh mein gott da kommt ein zombie hallo einstellungen öffne dich ja ist das das koordinaten es ist das wo mein ofen ist ja wieder da jetzt nicht koordinaten wie schön warte die ist gut diese nix gut diese ist so schade dass du nicht in meine klasse kommst man aber ja du bist in klassenunterricht ja aber es wäre geil das wäre so richtig geil wärst du in meiner klasse weil denn du ich kevin noel mit tim schisch das wird krass das wäre wirklich krass wir werden die neue schlimmste klasse alles kommt wahrscheinlich zu felix das wird glaube ich richtig bock machen ja können sie auf pausenhof treffen ja das ist nicht so geil ja dann bin ich älter als alle aus deiner klasse ja wir haben auch jemand aus meiner klasse der 14 ist ja ich weiß nicht was du meinst banti kommt aus deutschland banti 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 das ist eine wand er möchte die genannt werden das sind wie die chinesen wie vincent vietnamesen ja vincent ist ein vietnamesen seine eltern sind in der mese lol vincent auch fang jetzt nicht schon wieder so an was vincent auch schnee ich glaube ich glaube dass vincent und eltern vietnamesen sind vietnamesen vietnamesen also wird vietnamesen am meisten nein ich wurde eingekesselt hilfe haben wir bald gleich es сказать gut ich hab geöölt er hat gewönt drehe ich ein paar runde mit der gange mann wenn siehst du meine königskette wie sie glänzt wenn es jünger hat sie aufgehängt hat er nicht ich bin ja raus geschafft ich fahre mir stein brenn das dann brauche ich mir ein haus da kann man stein brennen da kommt der backsteine weißt du was sehr witzig ist wir sollten in musik reiben und weißt du was sehr witzig war einer aus meiner klasse hat gesagt ich habe keine ahnung darum sage ich backsteine krasse stein gesagt stein stein keine ahnung was die rein sollen backsteine mein christ musik mal dein handy holen gleich schneller triggert ich das ja warum finde ich nur inseln warum ist hier ein crepper was ist ein crepper da ist noch ein crepper oh mein gott das pfeffer das ist ein crepper dann wusste mich skelett wusste mich ich suche mir jetzt ein paar angel stellen und angel dann und eigentlich kann ich bin stehen bleiben stehen bleibt anhalte musik geht grad nicht in mein kopf wieso das nicht gehen weil sie nicht kommen weil keine musik kommt nix unfall ja das sonst bei youtube ne ich habe gerade über spotify schon ich mache jetzt auf youtube musik an jetzt kannst du unfall machen alles hängt gar kein bock startseite oh jetzt muss ich was eintippen äh weiß nicht keine ahnung musik äh äh play list 2020 charts pfff läuft das jetzt durch? wo ist das? buttermel so mucke angemacht fallert das gut äh ich kann mir im bett kraften tschüss wissen wer der babu ist die wissen wer der babu ist die wissen wer der babu ist so laut jetzt kommt die microsoft so laut jetzt kommt die microsoft jetzt kommt sie hier das geht's ab ich komme gleich auf twitch miamiibo online in fortnite ganz viele steine kraften da kraften es ist kraften ich habe nur die 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 den das ist dieser Ausblick geht um auf die Lage Burkhardt im Ofen muss kosten das ist das genauso ein rotes Bett ich habe ein rotes Bett gekauftet ohne rote Wolle ich habe eine Schüssel bekommen ja da ich bin wieder weg was war das denn das ist er wäre weggeklass diesen Spacken dieser Spacke einfach Mucke laufen lassen oh Name Tag kann man nicht brennen kann man nicht brennen kann man brennen gut jetzt hat es geklappt äh kaputt kaputt war ja fast schon competitive was ich hier glück gemacht habe ich habe es falsch ge- wie macht man das denn jetzt ich verstehe es nicht schaffe ich es irgendwann mal eine Rüstung zu machen wenn ich alle Kombinationen austeste die man mit Eisen überhaupt machen kann wenn ich glaube ich nie schaffende Rüstung und Hose habe ich als wenn das ein Helm ist dann gönne ich mir jetzt halt einen Helm für eine Brustplatte braucht man doch bestimmt mehr als das ne von mir gibt es auch kein Rezept bei 1.8 ne scheiße ich mache mir jetzt immer Schuhe hier sind bestimmt hier unten irgendwas so nein nein ja geil Schuhe habe ich auch hinbekommen ich bin jetzt wenigstens ein bisschen protected wegen böse Angreifen hast du grad vorne gestartet nee wieso hat sich angehört wie ein Battle Boss irgendwie bleb 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 ich habe immer keine Kiste was mir den panzer ab also bei mir wieder tag also bei mir jetzt ist wieder natürlich auch soll das die natur look auch nicht kaputt machen so nächste fall wo wollen wir denn unser schönes wunderbares häusler häusler ich suche land schwimmst du oder was schwimmst du ja ich schwimm gerade ich habe gerade ein sitzgraden boot und warte bis ich da bin ich will es mit ausblick aufs meer und auf die fechtenküste dahinten machen da hinten weiß hin glaube ich muss nicht stimmen aber glaube ich keine leder an der beteil Hasenverstück Hatschuh Ah man, na komm Perfekt Haha Ich hab eine Marktbewertung Richtig mag ich, ne? Ich hab eine Marktbewertung Oha Das ist Hass Weil man auch so anderen Berg und circa so in einen Berg, anderen Berg so ran bauen So, oh mein Gott, Winnie King, weißt du? Ich habe gerade X, gerade X, oh mein Gott, weißt du? Richtig laut, ich glaube, ich bin taub Ich habe gerade X gehört Auch richtig laut Ich glaube, ich bin taub Ja, wieso? Was ist X? Luis 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 Ist das auch ein Minecraft-Server? Luke Drücke Ist mein Discord reingehen, gucken Und dann Lebt er noch Luis 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 Ach egal Ja, Mann Doppelt Ja, Mann Doppelt Das passt mit Luis Das passt dann wieder mal nicht mit Luis Da ist Luis wieder weg Hallo Hallo, was war Luis, was ist X? Ich habe gerade ganz laut X gehört X X So, auch ganz laut X Oder meinst du X? X 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 Mann, ich hasse es, wenn man den Stein falsch platziert Ich glaube, mein Abonner wird da wieder zu Wolfstein So ein Keckstein Richtig, ne? Richtiges Trimix-Bot-Haus Bot-Mix Die ist wahrscheinlich zu Wolf, Wolf, was baust du hier? Aber wir haben hier schon was gedacht Aua Ich höre mich jetzt Oh Wunderschön Punkt X Punkt X Achso, du hast ja auch Punkt X gehört, oder was? Keine Ahnung Vielleicht einfach so ein X Einfach X? Einfach X? X Season X Ach, Tücher, ich bin so... Mein Gott Ist das verbunden? Ich verstehe das nicht Das geht nicht An meiner Decke sitzt so eine kleine Spinne Geht das? Och, Manu Muss doch gehen Hopp Ich bin jetzt fort Henrik, wie ist für mich so schlecht? Ganz gut Für mein Gott bin ich so schlecht Ich bin so schlecht Ich bin so fort Mit irgendwas besonderem? Mit irgendwas besonderem? Nö Nicht mehr Echo Och Manu Nicht mal Echo Fefe Ich hasse das Ich bin so Extreme Das ist das Ich bin doch Ich bin doch Ehh teils hier um warum das nicht ja digga ich kenne das nicht ich habe keinen bock warum kreis jungen kreis jungen kreis jungen ich finde das nicht das macht mich aggressiv also ich gibt es aber auch google ein ach man es war das noch mal warum das so komisch kann ich das irgendwie koppeln ich will das koppeln ich will keine mit deiner sohn frage xxx tyson über stimmende dokumente gefunden auch man da ist die durchs wieder online titus online titus kann man eben machen warum das nicht gehen dass das funktioniert hallo das macht mich ja hallo 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 9 helmen wir haben beide hallo an los mit louis ist das nicht da und er ist gar nicht jemand mit louis im discord die auf minecraft oder was gespielt ich kann das noch was ist xxx 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 kann ich das verbinden kann ich nicht auf schlitten auf google hat er gar keine ergebnisse warum ist das kann ich das irgendwie mit dem was du gesagt kann ich das irgendwie mit ist nein er bitte ich lege jetzt gleich einfach auf bei louis warum weil die durchgehend gleichzeitig das ist schrecklich was spielst du denn fort mit wen titus dann komme ich auch an gar kein bock ist jünger titus ich habe mich immer so komisch ich habe drei zuschauer die nicht sind ich will das nicht so wiki weg damit ab in müll dazu meinst du hast da gesagt ja dafür hast du es gekickt mit spaß ich bin ich zum kopf hat jemanden im chat der heißt pormann kann ich bin ein keck und der sagt alles doppelt ich lese mal den chat vor ich aber auch ich dein freund noch auf 101 ich bin aber legend ich bin aber legend machen musik an pilz macht musik an pilz ich habe gerade auf richtig laut ich glaube ich bin taub ich habe gerade x gehört auf laut ich bin richtig taub sowas meine ich ja war das immer doppelt nur das ist ein bach ist nicht warum ist es mit damit ich mache das so aggressiv jörg und hendrik weiß gar nicht worum es geht und ich mache das ist ein papier warum ich habe nichts getan ich bin ich was jetzt werden dieser menschen hat total weit geboostet ja hatte ich auch von von louis hat verlassen den discord ja ja musst du doch nicht zum training was ist los doch aber erst um eineinhalb stunden noch mal mit markizu arena spielen ich war online ich lade louis ein ist schon wieder bei mir oder was ja es ist markizu der ist immer online servus servus ja ich wollte was probieren hat aber nicht funktioniert hat man gemerkt man kann man das irgendwie koppeln mit disco koppeln ich aufgeregt verstehe man nicht wie das funktioniert ist einfach kaputt was kaputt ich wollte ihn auf den henrik machen facecam ich habe mal in einem stream habe ich fest ich habe mal also alle meine zuschauer meine treuen zuschauer wissen wie ich aussehe weil ich in einem streamer facecam benutzt habe ich habe ja guck alle alle von von vorne bis hinten durch das siehst du in dem stream habe ich mit leuten kampf labor gespielt und gerade ein paar leute aus luft am anfang wollte ich spielwiese sagen dann habe ich gesagt kreativ modus und dann wollte ich kampf labor sagen ich habe was probiert aber es geht nicht da muss mir später noch mal helfen wenn wir doch mal mein kraft spielen was wir es wahrscheinlich werden ja ja dann die düsten zum training muss weil ich verstehe das nicht also ich habe einen wecker gestellt und wenn der angeht muss ich instant auch für mich umziehen gehen bei zehn minuten später werde ich abgeholt bei dir zu hause und behinderten bus ja echt die das hat sich überholt bist du durch mit dem level ja first try nein nein doch seid ihr bei level hey digga wie hast du es hingekriegt eine woche schafft wie sie klappt ich leite durch gibt beim ersten grad irgendwie runter online louis wie lange hast du bei level viel noch mal gebraucht ich habe ich habe den das von dreimal durchgespielt in der zeit der henrik wollte mein kraft spielen habe ich aufgegeben weil ich hätte nicht mehr geschafft doch ich hätte bestimmt auch irgendwann geschafft aber jetzt habe ich hier ich habe nicht genug wort das hat gelegt dass so leid das kann zum film gucken das habe ich mir nur gewinnen lecker gestorben das sind dann noch bei fortnight auch wenn das die minecraft die lexen deine lexen komplett wahrscheinlich gerade jetzt nicht mehr aber eben gerade ich habe immer nur so kurze lexen eine sekunde oder so oder 55 sekunden nicht genug schwung egal ich verkacken würden vorletzt weil ich keinen schwung mehr muss mehr schwung holen ich habe nicht genug schwung nanometer ich habe nicht genug schwung ich check es nicht egal ich habe auch nicht genug schwung aber ich weiß nicht wie man mehr schwung bekommt das schlimmste level in diesem web front was hier das wo man durch tunnel nein das finde ich geil das hat sich weil zu uns ist ich habe nicht genug schwung es gibt es nicht ja das lava ding aber auch sehr kacke muss ich sagen würde zu wenig kacke aber ich hoffe man ich kann man das level dann schaffen ich verstehe es nicht ja ist so soll ich mich auch gefühlt immer beim selben beim zweiten da rutscht man immer an diese kannte und dann ist man so blöd beim zweiten beim zweiten slide teil ja genau wo es rechts und links ganz weit aus wenn ich da abspringen habe ich immer nicht genug schwung ja bestimmt oder ich klatsche einfach vorne an die kannte davon naja das finde ich am schlimmsten das frustriert und so sehr ich weiß halt jetzt schon dass ich nicht genug habe so kommt man das ich verstehe es nicht wieso kriegt ihr da willst du nicht hin jetzt habe ich richtig viel schwung das war cool ich habe ganz komisch gelegt so komisch habe ich noch nie gelegt scheiße ich weiß was ausführen so komisch habe ich wollte es so stehen bleiben wie kommt man denn darauf ich habe immer zu wenig schwung das ist so kacke doch ich hasse diese stelle ich will nicht genug schwung das ist halt so in dem enden die digga wie soll man diese stärker manchmal ist einfach schwächer die grad ist so in dem das war ja jetzt bin ich schnell manchmal kommen man ja auch jetzt habe ich richtig gut man muss einfach einmal kurz schreien wenn man los springt einmal mit schütteln schlagen hast geschafft ja scheiße der moin henrik der dies level da wo du gerade gestorben ist das ist so schlimm dafür immer ja diese ecke hasse ich auch will noch gar nicht vor allem rege kannst du kurz vorbeifahren und mir das level kurz durchspielen das ist ganz easy henrik fällt einfach ganz kurz so 20 minuten zu mir hin machen machen diesmal wenn du bei mir bist fahren zu kevin doch wir fahren auch zu louis und dann sind wir wieder sein noch mal nee wir sagen zu kevin dass wir sein hause gezündet haben vor deiner haus hier war tut er gar nicht ja wenn es so recht machen vor der tür auf auf einmal kommt ja hinten um die ecke grüß die das denn geschrieben vor allem ich schreibe luise bekommen jetzt und dann sind wir aber schon losgefahren ja hätte ich nicht erwartet da ist es auch nein so ping gesprungen jetzt wieder null abhängen jetzt geht es ab der man kann kein uhr abhängen aber wird ein uhr abhängen angezeigt ok jetzt habe ich wieder ein stimmbar ping drei jahre war ja nein ich war drauf so traurig aus den rutsch also links runter so ab und schon wie jetzt noch mal eine andere taktik aus und zwar bei der zweiten kann man ja in der mitte laufen quasi dass ich meine ja der war aber gut man muss ich mich an rick wo wolltest du denn hin wir mit power scheiße aber ein geschissen kapitel geteilt bei der mitte henrik wie man das jetzt so hat der heck heute heller ist nur echt die legenden verstehen dieses nieder gott der hell heißt das gott der hell nein es war what the heck das war what the hell nein what the hell doch what the hell ja ja bei mir hat das nicht gezwiebelt nur bei dir hat das war jährige auch so es ist ja ja weil ich kann mich nicht daran erinnern wort der hell gesagt zu haben ja ich habe ich ja jeden tag eigentlich gestreamt und dann wurde mein streamer mal in brasilien und so gebannt weil ich anscheinend what the hell gesagt habe habe ich meine e mail bekommen ich wurde mal ich wurde mal mein streamer mal gesperrt weil er im hintergrund tiktok geguckt hat weil er was gemacht hat weil er im hintergrund tiktok geguckt hat echt ja es sind ja viele lieder die gesperrt sind eigentlich ja schon hat die chinesen die erlauben sich alles ich habe nicht genug spiel bläht man ich kann nicht ich habe keinen spiel du kleine krebs die ich muss bis ins krebs ich bin seit acht wochen aufs kennt ihr mal diese kinder ja auch ein tag auf testo das ist meine wo er meine stimme meine woche ein stund testo ich habe es geschafft weil ich bin immer noch beim da war level legt mich klar ich kriege ich wirklich nicht genug speed rein ja und bei mir beim zahnrad bis jetzt wirst du mich überholen das nächste level habe ich immer first try eigentlich geschafft ich kann das absolut nicht ich bin so scheiße ich habe am anfang habe so noch was soll geschafft aber am ende irgendwann nicht mehr kommen irgendwann louis man die karte hat absen gesagt dass er das laber der first try geschafft hat nee ich finde es gar nicht so schwer ich hoffe dass man die immer auch schnell geschafft eigentlich jetzt bitte für mich durch copy kommen jetzt zu dir von meinem account melden für den direkt theoretisch wirklich machen aber dann ist dann weg nein ist nicht wenn ich mich einlogger und ich rauskicke ist sozusagen wie weißt du als kein bisschen oder rein sollen weiß man sich getolt habe ja deswegen ich konnte ja immer wieder direkt rein schon gedacht einfach hacker nein ich dachte hacker ich wurde einfach ausgelockt dann nicht auf deinem account lieber typos oder von einem account bei tivo ich bin ich dir ja ich habe mich ja immer wieder eingeloggt man kiesos alleine lobby diese opfer hat einfach keine freunde aber niemand online mehr ich gehe rainbow der mit ihm spielen möchte gibt es bei dir auch ein schützenfest bei euch im dorf oder so schön zum fest nicht aber vor schießen ja bei uns oder ja bei uns ist auch vor geschießen bei uns auch mit so geschenken und spielen und so ja aber eigentlich hätte ich dies jahr luftgewehr schießen mitgemacht aber als wenn ihr luftgewehr macht weiß was wir haben wir haben am brust schließen wir haben am brust wir haben also wir haben ich habe geschafft ich bin durch marquise nein ich mache es jetzt nicht zum vierten mal warte mal ich bin kurz auf klo wieder dort ist mein job deine freundin ist bei mir und sie leckt am kock weil er lang ist weil er kurz ist für die selge ist ein star merkt ihr meinen namen bitte schicken muss ich empfange es wegen meinem johannes mich jetzt alle an alle machen will weil mein hannes so wie kann aber ich bin ein allemann ist am reiten er bist du fehl kapital brau oder wie ich bin deutsch bahn weiß und sein schwarz am fahr ich habe jetzt ein ticket und die kontrolleure sie denken ich habe ein baby doch es ist nur mein johannes johannes ist der geilste guck ihn nicht so an bitches machen wenn mein hannes ist ja johannes warum denn johannes weil ich kann es du hast er sein johannes wenn du ein mann bist ich hoffe mein johannes weil er lang ist aber ich bin an beiden er ist ein starke mein namen bitte schicken news ich empfangen es weil er lang ist titus ja oder wie bist du denn da titus war ja du bist ein allemann titus mann kann einmal du bist ein allemann an alles kann doch ich bin ein junger johannes man okay ich werde jetzt in meinen bands alle mann heißt auf spanisch deutsch alle mann auch englisch aufsprachend in meinen bands drehe ich ein paar runden in meinen bands siehst du meine rolli wie sie glänzt in meinen bands in meinen bands gehe ich einfach unten mit der gang in meinen bands gebe ich autogramme an die fans in meinen speck siehst du meine rolli wie sie nicht so party komme um eine schlampe schreibt wieso hast du keine zeit kaufen einfach dass sie leise bleibt sich nur um cannabis und während du so wie ein penner lebst siehst du mich im an die leute ja ich glaube ich auch aber ich freue mich ich kann nur auswendig aha er mag sie sagen ich aber kann ihn auch okay okay nächstes lied auch wieder deutsch das kann ja ich bin in meinem zimmer sie kill den wein die jahr 2001 immer wenn sie immer schreibt weiß ich gleich dass sie nicht mehr bleibt ich bin in meinem zimmer sie killt den wein jahr 2001 immer wenn sie immer schreibt weiß ich gleich dass sie nicht mehr bleibt baby weiß ich bin hier nicht mehr allein ich bin hier nicht mehr allein ich laufe kommt nicht mehr nach draußen baby schön die raushalt von den ganzen pausen es funkelt doch mein herz ist dunkel die wilde ist noch voller dunkel ich fühl's ich fühl's komm es ist party in der ganzen stadt und wir tanzen und wir tanzen durch die nacht durch die nacht lichter in den stadt die rauf wir tanzen und zu fahren auf parkplatz nur wer fisse macht ich bin in meinem zimmer high sie killt den wein sie killt den wein die jahr 2000 ein ja das ist einfach gekillt einfach trocken einfach gekillt einfach fertig gemacht Ich weiß nicht wo ich leid. Oh nein. Ich bin hier nicht mehr allein. Oh nein. Oh nein! Oh nein. Airwaves. Airwaves in my genes. Was für Airwaves? Ich muss wieder viben. Bist du komplett auf groß? Ihr müsst die Schnurz halten, sonst geht's nicht. Geht nicht. Ah, okay. Ich kann die Schnurz nicht halten. Ey. Ich darf rufen. Mäh. Mäh. Mein Land liegt hoch. Das ist immer schar, oder? Ich kann den Sachen machen. Mäh. Mäh. Oh, Annonym, Digga, das wird schwierig... I can swallow up ever hard enough. Feel like Gertelab. Better hit this piece. My ways were going to take on time. Eric, willst du eigentlich auch wieder ein Wort sagen, oder so? Bläh. Oder bist du jetzt einfach tot? Nee, ist tot wie sie, wie Brot. OOH! was soll das denn bitte was hast du geschafft get kid on musst du das jetzt auch für mich das level blueberry fago digga let's go get kid on musst du sagt man die schilder die die schilder die schilder die schilder die schilder die Was hat der EISK gekannt, bevor du singst, EISK BEFORE DU SINGST, WAS SHIFT UNDER LEHRENFIEG? Der singt aus einer Lehrerin vor. Oh, der 3er, ja, ja. Komm, weiter. Was für Draco? Oh, ist das türkisch, oder? To us KOL! Ist das türkisch, oder? Janet H oder? honored chnet da kann ich nicht ja komm mache anderes noch das kann ich nicht vorsingen das ist verboten das ist sowas i can suck my dick oder was i don't give a fuck i don't give a fuck i got to say i got to say i got to say vallabilla ok das kann ich aber auch nicht ganz auswendig schon hendrik streamt ja gerade tschüss tschüss rockstar das kann ich auch nicht ganz auswendig aber ich probiere es pschst pschst wuhuuu pschst apelooop oh ich hasse das lied MEINE DILLER ich bin ne nächste song partygirl ich bin ne ich bin ne simpeler hast du gehört ich bin ne put mama partygirl she just wanna phone to, they say you would like to type, but I don't care what, she likes to do drugs too, she would love to do drugs too, she would like to type, but I think that I love you, put my mom up.